ja hi leute und herzlich willkommen zu einer neuen video folge diesmal heißt es ein euro feuerwerk gegen 100 euro feuerwerk und zwar ich habe hier verschiedene produkte von circa einem euro fontänen wirbel feuervögel kleine vulkane hier zwar auch so eine schildkröte das sind auch kleine pfeifwirbel dann hier so eine kleine pfeifbatterie cactus jack funke eine neuheit so ein feuervogel kleinere fontänen moskitos hier so zur kleinen abwechslung mal einen feuertopf und eine bengalfontäne auch einen kleinen vulkan von verbund ist dabei für einen euro und ja natürlich habe ich auch noch super schöne raketen funke raketen ja hier so ein ring rocket wie gesagt circa ein euro halt oder hier so eine schöne kleine batterie in bella maria und zum schluss gibt es dann hier diese riesen 100 euro batterie ist von volt vorwerk total glitter willow two colors kann ich euch ja schon mal zeigen wie die aussieht also glitter willow two colors 100 schuss ist also ein mega fetter batterie verbind ich fange jetzt einfach willkürlich an zu finden dieses ein euro feuerwerk und dann ja fangen wir einfach mal hier an dessen vulkan verbund party hardy so 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 weiter geht es mit zwei schönen fontänen die hier seht und ja danach werden wir gleich so einen kleinen vulkan zünden also jetzt gibt es den vulkan da und dann noch die beiden kleinen fontänen so 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 Leute weiter geht es mit dieser kleinen pfeifbatterie hier kaktus jack so machen wir weiter jetzt gibt es die zwei turbo vögel turbo wirbel von nico die zwei blauen weiter geht es mit einer kleinen fontänen namens der nächste artikel sind die zwei kleinen vulkaner die hier seht rot und gelb das nennt sich leslie kartoffelsalat der nächste artikel in meinen beim test sind die zwei kleinen schildkröten hier diese wirbel das sind die schildkröten so jetzt gibt es mal für zwischendurch eine kleine pause mit einem schönen bengal das ist dieser topf hier schön gelb der passt im prinzip nicht rein 1 euro gegen 100 euro vollwerk aber einfach mal zur vor entspannung mal hier so einen schönen großen bengaltopf so 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 machen wir mal weiter mit batteriefeuerwerk das ist glaube ich ja genau das ist die bella maria es geht weiter und zwar seht ihr hier ein weko wirbel ein pfeifenden wirbel der sogar aufsteigt gab es bei penny als area 51 und weil wir gerade bei wirbeln sind die zwei neuheiten von funke der feuerfalke mit silber und gold effekt ja ein paar artikel sind noch übrig geblieben und zwar hier die raketen bei ein bengal ein paar krägling bälle eine fontäne machen wir gleich mal weiter mit den moskitos hier jetzt gibt es noch eine kleine und eine große fontäne ich würde sagen wir fangen an mit der klein und dann die große jetzt Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt ist es für euch noch die Crackling Bälle von Niko. Dieses Jahr neu bei Norma für 2,99 Euro. Alle drei Stück. Jetzt gibt's noch so ein Bengal, ist noch übrig, die Raketen. Und dann Leute, dann wird's richtig heftig, zeig ich euch. Wir zünden jetzt das Bengal. Jetzt geht's mal. Jetzt gibt's noch die schönen Raketen. So, jetzt die vorletzten Artikel. Ich hab hier die Raketen schon aufgestellt. Alles mögliche dabei. Funke, Salute-Raketen, Funke Gemini, eine Doppelschlag-Rakete, Explode-Zwirl-Rakete. Dann haben wir hier hinten noch, das ist von Argento, zwei Raketen. Und hier eine schöne Ring-Rakete von Niko. Ich fang jetzt an hier von links, die erste Reihe und dann die letzten Raketen. So, jetzt gibt's diese Carbon-Rocket-Violett. Jetzt hab ich eine Neuheit, auch wieder für euch. Und zwar ist das Funke Gemini, Funke Gemini-Raketen-Doppelschlag. So, jetzt kommt die Swirl-Rakete von Explode, die XPE 29-15. Als nächstes gibt's hier noch so eine Carbon-Rakete von Argento mit grüner Kappe. Und jetzt zum Schluss noch als vorletztes, vor der großen Batterie, die Funke-Salute-Rakete. Ja, Leute, jetzt ist es endlich soweit. Die 100 Euro Batterie von Volt, Glitter Willow Two Colors, wird jetzt gezündet. Richtig, richtig geile Batterie. Ein Verbund aus vier Batterien, ultraheftig, ihr werdet's gleich erleben. Richtig, richtig geile Batterie. Ja, Leute. Ihr habt's gesehen, ultra krass diese Batterie, alter Schwede. Volt hat's richtig drauf, unfassbar geiles Teil. Meegah. Ja. 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 Ja.